böser blick bei wen haben wir denn also die sind ja ein drago irgendwie sind wir zu schlecht dafür das synchron heißt weg sprung als würde sie mich hassen okay hier soll doch irgendwo die basis sein die basse guck mal leute ich bin da holt den whisky du hast dieses netz besetzt zukünftige generation werden hier ja okay kommt mein herr hier Oh, Jesus! Da, du, la! Oh! 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 Ok! Ok! haben wir denn hier sehvermögen brauchen wir nicht ich will ich will mehr betraubern können haben in gesundheit haben bespucken haben bezaubern level 2 bezaubern level 2 1 1 was haben wir hier besonders stufe 3 zu teuer warte mal immer noch zu teuer kommt sprinten brauchen und kann ich jetzt haben wir haare so und ziehen haben wir noch übrig und für die zähne ach so ja für die zehn lohnt sich irgendwie nichts mehr verdammt alles so teuer jetzt haben wir bezaubern stufe irgendwas dass sie das wieder dem nicht aus also wirklich hübsch sind sie ihm auch nicht ich habe irgendwie das gefühl dass die immer fetter werden was haben wir denn hier ach guck mal nepfoten wer seid ihr denn haha was Wo kommst du denn her? Alter, hab ich mich erschrocken. Alter, Alter, Alter. Alter, ich bin gefangen. Du Hund. Was zum Fick? Wie assig war das denn? Vor allem wie feige und... Gib mal her, hier. Neue Augen. Linser. Oh Gott, oh Gott, die sind auf Stress aus und die sind stark. So stark sind wir nicht. Ach du Scheiße. In was für einer gefährlichen Welt leben wir? Vor allem in was für einer ekligen... Was, 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 was? Was soll das? Ach, pfuh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen definitiv Punkt auf Leben sparen, ey. Alter. Was für Assis. Aua. Voll gegengelaufen. Okay, jetzt reicht's mir hier. Jetzt, jetzt, jetzt gehe ich in die Offensive. Scheiße aufs Springen. So, was bist du? Was soll, du bist nur ein Baum. Ich will doch nur zu meinem eigenen Rudel. So. Können Sie mich jetzt alle hier, ey? Ich scheine mich auch nicht zu mögen, ja toll. Wir hassen mich ja alle. Was für Assis. Da, du, komm mal her. Jetzt reicht's mir hier. Flügel weg. Die Scheiße weg. Jetzt gehen wir in die Offensive, ey. Na, komm. Nehmen wir die... die Pfoten hier mit. Nein, nein. Ich will doch nur... Danke. Die kosten aber verdammt viel, ne? Hm. Die sind so scheiße teuer. Dann machen wir hinten nochmal die Zweier-Dinger ran. Wir tauschen das. Das sieht sich vielleicht nicht ganz so behindert aus. Und dann brauchen wir hier... Da. Du kriegst noch die Dinger. Und die Dinger. Die möchte ich allerdings noch ein bisschen drehen. Und groß machen. Genau wie die Dinger. So. Jetzt reicht's mir hier. Jetzt haben wir die... Ja. Wieviel kam die andere Nase? Auch 10. Ah, toll. Okay, dann... Nein. Machen wir hier auch nochmal den Zweif-Rooter hin. Ähm. Ja. Okay. Und jetzt will ich hier Gesundheit haben. Ähm. Ähm. Das müssen wir stark genug sein gegen die... Denk ich mal. Denk ich mal. Denk ich mal. Das müssen wir stark genug sein gegen die Dinger. Wer will sich jetzt mit mir anlegen, hä? Wer? Ich geb dir hier richtig das Loch. Komm mal her. Ich brauch dich als Verbindenden. Wof. So. Komm mit. Ähm. Was? Nein. Du sollst mitkommen. Bist du denn behindert? Du sollst mitkommen. Danke. So. Komm mit. Jetzt gehen wir hier auf Jagd. Was war das? Ach so. Was seid ihr denn, hä? Was wollt ihr denn, hä? Was? Was? Ihr Junge. Ich geb dir. Aufs Maul. Du willst auch. Ihr Kuhn doch. Du. Aschloch. So. Ausgerottet. Stück Scheiße hier, ey. Ah, guck mal. Giftstachelsteiger. Was hab ich hier? Augen. Das sieht nicht gesund aus. Definitiv nicht. Was? Komm her. Komm her, du Stück Scheiße. Ich hab ich euch gegeben, ey. Nichts. Vielen Dank.